Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Wir müssen uns wieder die Sequenz hier angucken. Nice. Gut, dann machen wir das halt. Akzeptieren wir. Ist eine schöne Sequenz. So diese Darstellung von dem ganzen Campos, sag ich mal. Ist schön. Hey Max, wie geht's dir? Oh, hallo Herr Kempis. Nee, dann geht er nicht wieder. Ich bin okay. Und das ist mein Freund, Chloe. Ja. Chloe? Warum ist jemand nicht so cool als du, zu Blackwell? Ich war viel zu cool für diese Schule. Es ist eine lange Geschichte. In realen Fällen hier. Ich kann es mir vorstellen. Max, bist du sicher, dass du okay bist? Es ist wunderschön, einfach auf dem Campos zu sein, wie alles normal ist. Ich weiß, wie schlimm es so ist, das Leben muss weitergehen. Ich denke, dass es zu viel passiert ist in meinem Leben. Wie ist es, dass du stark bist? Auf diesem Punkt geht es, Blackwell-Duty calls. Erinnern, ich werde die Verkaufnahme von der Heros-Kunden-Evrede-Heroes-Kontest in der Party, also hoffe ich, dass du da wachst für die Freude bist. Auch wenn ich verulde, dass du nicht eingeschüttet hast. Ich verstehe deine Reasons. Du kannst nicht ein Artist spielen. Ich fühle mich totaler, aber es war eine schwierige Woche, um zu fokussieren. Ich bin froh von dir, dass du so viel über einen Freund verletzt hast. Und ich hoffe, dass du viel Zeit hast, um deinen Weg zu finden. Juste... Get in der Habitur, um deine Arbeit zu finden. Dankeschön, Herr Jefferson. Ich werde definitiv da sein heute Abend. Ich auch. Ich werde Max's date sein. Du besser mit uns mit uns auf einmal. Niemand sollte mich sehen. Ich bin froh von mir. Plus, du wirst nicht auf den alten Hipster mit den Kindern zusammenhängen. Ich habe ein wenig Glück. Ich werde dich sehen. Ja, du wirst. Hot für Teacher. Rose! Du bist aus dem Kontrollen. Noch nicht. Nur warten bis zum Rager heute Abend. Shut up. Keine Angst, weil Mark Jefferson denkt, ich bin cool. Ich bin so... ...ignorierst du dich. Okay. Since ich hier bin, ich will sehen, ob ich ein bisschen Dirt von Justin habe. Ich habe ihn noch nicht gesprochen. Das ist ein guter Plan. Ahem. So, hier hatten wir alles gelesen, ne? Ja. Genau. Das Messe hatten wir keine. Und das Bild. Genau. Die Bilder. Mal sehen, ob ich weiß, wo Nathan ist. Okay. 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 Spannende? Read her. Hi, Max. I just figured out that my photos ... basically suck. I may wanna be artist. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. Kein Problem. Ach. Verdammt. Ich gehe nach der Party, wie es der Ende der Welt ist. Ok, vielleicht nicht gehen, aber... Nein, ich gehe nach dem, aber... Ich gehe. By the way, hast du Nathan Prescott gesehen? Ohohoho, ich habe gehört, dass er eigentlich auf der Kampus ist. Ja, aber... er muss noch auf der Kampus sein. Das erklärt, warum er so witzig ist, als ich ihn nach der Kampus ein paar Momenten gesehen habe. Hast du mit jemandem gesprochen, was mit Kate passiert? Ich... nicht mit jemandem gesprochen, Max. Aber ich hatte eine gute Gespräche mit Brooke. Sie konnte nicht stoppen sprechen, wie du auf der Kampus warst. Ich glaube nicht, dass es das richtig ist, aber... ich mag, was sie bedeutet. Die wichtigste Sache ist, dass Kate besser wird. Und es wird Justiz. Ich höre das, Max. Sie ist die liebste, most genültige Person, ich habe immer kennengelernt. Ich will nicht, dass ich von Blackwell-Bro-Holes getroffen habe. Aber nicht mit Kate. Ich mag diesen revolutionärer Daniel DaCosta. Nur, wenn ich die Revolution aus meinem Skitch-Book beginne, Max. Wir sprechen später. Okay, Daniel? Gut, Nathan ist nicht hier. Ich sollte zurück zu Chloe gehen. Ja, gleich. Bin ich mit ihm hier hin? Nein. Okay. Oh lol. Alles klar. Willkommen zu Sluts Auras. Alles klar. Oh. Ähm. Da. Ich habe mich überrascht. Ich habe gedacht, du kannst dir diese verrückte Dinge zu erzählen, die in Arcadia Bay passieren. Wenn ich könnte, ich werde heute noch meine Nobel-Priise in Wissenschaften. Ich habe nicht die Möglichkeit, meine Gedanken um das Eclipse zu verbrühen. Nichts die Schnee und Wälder. Es muss eine Wissenschaftliche Explanation sein. Right? Wenn meine Freunde an NASA sagen, dass sie nicht erklären können, eine Solare Eclipse ohne ein einzigen Theorie, wie oder warum, vielleicht ist es Zeit, um sich zu beschäftigen. Wie sie sind. Ich bin beschäftigt über die Realität. Ich fühle mich, dass es verändert, in fronte uns. Du und Samuel, beide. Wir waren über das vorhin du kamst. Unser Planet ist verändert, aber es ist nicht mystisch. Es ist Erosion. Du denkst, das ist warum alle diese Tiere sterben hier? Well, unsere shoreline ist schon receding, nicht zu sagen, die daily contamination des Ozean. Das ist alles, was du brauchst, um sich aus dem Meer und wilde Leben hier zu töten. Unless du wissen was, ich nicht. Was über Wormholtes und Chaos Theorie? Ich liebe Zeit, die Sachen. Die nur Wormholes in Arcadia Bay are underground. Und Chaos Theorie is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story. A sound of thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. Schmetterlinge? I was looking for Nathan Prescott and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. This week was the proof. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Yes, he does, Max. I did try once, but Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual, so maybe it's good you haven't found him. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Carfield? You did a wonderful thing. And now we have to make sure Kate gets the help she needs. Do you need to talk to a counselor? Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Do the Prescott's have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Climate change isn't real my ass. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions too. More questions than answers. Samuel is always here to talk. I actually just talked to Kate Marsh in the hospital. She's doing so much better. Because of you, Max. That was quite a rescue. It could have gone either way. Samuel, do you think that we each have a destiny? Yes, I do, Max. In many different lifetimes, of course. Kate Marsh believed in something different, so that's her destiny. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. You don't sound sad, Samuel. Nathan hurts people. The end. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. I see what you're doing. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman. And he'd take me out to hear the whales sing. Now they... They just cry. They're not alone these days. I feel so powerless. Oh, no. You're the opposite of powerless, Max. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not... We can prove it. It's so ominous. Unless it's fate. Then it doesn't matter. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh... Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. I think everything is changing here. As a scientist, I'm Bassett. Haben wir nicht ein Foto? Nee. How would you like a partner for a quick photo op? Okay, Arcadia Bay is scared too. Look at the weather... ...and the animals. Not to mention... How would you like a partner for a quick photo op? ...for each other these days. Goodness! Get that food in your belly. Ah. Nice. I should go back to Chloe. Sam? Nooo. Suess. ...and your miss is his squirrels. Sorry to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. Well, no offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. Beginning of what? Well, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max... I don't like it at all. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. While time is on your side. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes... That's all we have left. But... Max... All I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. I'm sorry. I better get going now. I like Samuel. Find den cool. Weiß nicht, der ist so... ...lieb irgendwie. Weiss auch nicht warum. Ich mag den. Max... Hey Brooke. How are you? I'm here as usual. By the way... Thanks for helping Kate down. Are you okay? I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone, because I'm going to see Ape-Movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Talk to you later, Max. Die ist wohl eifersüchtig. One photo. For posterity. Ah. Jetzt. Aber uns fehlt noch das Nest. Das Nest auf ner Bank. Aber auf welcher Bank? Der Bank? Nee. Es muss doch locker hier sein, das Foto, oder? Wir haben es ver... Nee, das... Nee, verpasst haben wir das nicht, glaube ich, oder? Prinz Welles war die letzte Nacht hier so verlebt. Ich will nicht davon gehen. Okay. Vielleicht nachdem wir mit Chloe geredet haben. Ja, machen wir das mal. Ja, obwohl... Eigentlich... Könntest du den Part banden? Ich weiß nicht, wie lange Chloe noch labern will. Ja, wir banden jetzt hier den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Hautsch. Da rein...